Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Reise of the Tomb Raider mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich wollte eigentlich nur hier diese Münzen jetzt ganz schnell holen und das jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Es sind ja nur diese beiden Punkte und da entdecke ich sowas hier. Fäden gibt es ja auch. Ein unbekannter Ort. Hier waren wir noch nicht. Da leuchtet schon was. Herausforderung abgeschlossen. Ins Dunkel. Hä? Welche Herausforderung haben wir abgeschlossen? Ah, da ist sowas. Das mit dem Höhlenbesuchen? Naja gut, das muss ich dann aber auch... Da ist eine brüchige Tür. Guckt mal. Hier ist irgendwas Brüchiges. Ah. Was ist das hier? Erstmal sind hier... Ah, zwei. Das war ein riesen Haufen und ich krieg zwei Münzen. Ah, toll. Hier ist nix, ne? Ne? Was? War da was? Kann ich jetzt schon hier? Nein. Mal schön gucken. Aber eigentlich... Da ist wieder was. Nein. Oh, ein riesen... Sarkophag. Hier ist wieder so ein... Damien, der Baumeister des Propheten. Das war griechisch. Drei. Hier geht's höher. Was ist das hier? Das kann ich mir nicht angucken. Ich will! Wo geht's hier hin? Hier geht's ins Wasser. Wir schauen erstmal, ob ich... Hier irgendwie... Nein, ich komm hier nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Da liegen auch noch Münzen. Also muss ich hier lang. Wer weiß, wie die hier schon alle liegen und vor sich hin müddern. Das soll ich schaffen? Schafft sie natürlich nicht. Kein Licht, was? Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Aha. Da kann ich weiter. Ja. Ja. Es ist wirklich gut, dass ich hier unten nochmal zurückgegangen bin. Muss ich jetzt nochmal so sagen. Aha. Wo kommen wir denn da hin? Das gefällt dem alten Mann. Das ist bloß ein bisschen hoch. Nein. Und hier kann ich nicht runter, ne? Da ist wieder ein Clipping-Fehler. Ich versuch's einfach mal. Ist nichts passiert. So, da gehen wir natürlich als letztes hin. Erstmal sammeln wir die Schätzlichkeiten. Und das hier. So. Und bevor ich da das mache, speichere ich mal das Spiel. Ich nehme jetzt heute mal die 3. So. Drücken sie E. Ist der Sarkophag auch wieder leer? Nee, das wäre drin. Antiker Boden. Ich habe Ausrüstung gefunden. Eins von vielen. Das war's jetzt aber auch, ja? Nimm den kurzen Weg wieder raus. Okay. Nun noch mal vorsichtshalber. So. Hier glitzert ja so viel. Was sagt eigentlich die Karte? Eins von drei. Drei Gräber sind hier. Ja, hier hinten ist ein Grab. Da komme ich nicht ran. Das hier habe ich ja gefunden. Ah, die Herausforderung ist weg. Das Grab habe ich gefunden. Vielleicht ist da noch eins. Was ist denn das hier? Wandgemälde. Kryptoschatz. Die sind also da drüben. Also hier ist auf jeden Fall noch eins. Da sind auch noch Münzen. Da ist auch noch ein Vieh. Keine Ahnung was. Aber da komme ich nur von dieser Anlage aus rein. Und da fehlt mir der Seilpfeil. Ich habe mal geguckt. Den Seilpfeil, der soll irgendwann von ganz alleine kommen. Den kriegt man dann mal als Ausrüstung. Ich habe ihn immer noch nicht. Spiel. Ich will mein Seilpfeil. Und raus in die Kälte. So, Karte. Karte, 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 Karte. Na. Da können wir auch schnell hinlaufen, ne? Ich glaube, so weit ist das nicht. Ich mache mal den Beam an. Was ist da hinten? Upsa. So, Lacher. Das war ein Karnickel, ne? Das ist das Gugelnest. Halt. Für Stöcke haben wir immer Platz. Oh. Ah, scheiße. Die habe ich ja gar nicht gedacht. Will dein Fell. Achso, V war das, ne? Brauche ich nicht. Sie hat sich wieder erholt. Deswegen der Schleichmodus. Stimmt. Hier hätte ich ja dran denken müssen. Gehe ich mir mal da das Zeug hier holen. Ich glaube, das ist... Ich brauche das nicht. Gut. Haiepflanze ist voll. Ist das da oben drauf? Aha. Da kommen wir aber hoch, ne? Da waren wir schon. So. Ah, hier. Hier brauche ich Sprengstoff, ne? Nutzen Sie Waffen oder Sprengladungen um Absperrbarrieren? Oh. Ich hole mir noch die Stöcke. Okay, dann gehen wir da mal rein. Brauche ich auch nicht. Gut. Und wir tun mal wieder das davor. Nummer 3. 17 Prozent. Achso, ich müsste dann mal wieder Escape drücken. Da ist eine Tasche. Geheimnis entdeckt. Da. Überlebensversteck. Höhle. Überlebensversteck. Ich komme hier nie weg. Nie. Warte mal. Da ist auch noch was. Aber da ist zu. Mist. Ich brauche den Seilpfeil. Hier ist nur sowas. Brauche ich auch nicht mehr. War das alles? Ja, schaut so aus. Hier ist nichts mehr in dieser Hölle. Ich werde es nie schaffen. Nie, 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 nie. So, jetzt bin ich wieder draußen. Ach, da unten. Da steht er. Drücken sie F zum Angreifen. Ich kann die von oben angreifen. Aber das sind zwei. Oh, der ging durch, ne? Wo kommt die denn jetzt her? Nein. Ja, scheint hier erstmal wieder Ruhe zu sein. Ich schaue mal auf die Karte. Was ist das Grüne denn hier? Was ist das? Hä? Kann ich den Wegpunkt da setzen? Das gucken wir uns gleich mal an. Mal schön. Vorsichtig. Ach so, das ist sowas hier. Ah, alles klar, alles klar, alles klar. Ich habe bloß alles voll. Äh, Höhle? Das sind, ah, ein Haufen Viecher rennen hier rum. Da, aha. Das ist so eine Höhle. Okay. Da brauche ich... Seilpfeile. Äh, 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 äh. Seilpfeile. Immer diese Seilpfeile. Den gehen wir jetzt da mal hin. Jetzt müssen wir uns mal angucken. 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 Aha. Der Lebensversteck ist da unten. Hier komme ich ja auch nicht hoch. Da unten. Noch weiter unten. Aha. Ein Fell. Aha, 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 aha. Jetzt haben wir noch eine Höhle. Und zwar da. Gleich um die Ecke. Mal kurz... Ich muss mal kurz was gucken. Ich habe hier noch ein... Keine Bedrohung gefunden. Das ist schön. Ich habe hier noch ein... Nebenher ein Computer am Wickel. Das ist da unten irgendwo. Hier unten. Wie komme ich denn da hin? Das ist doch arschkalt. Gut. Will ich da hin? Da unten drunter ist das. Äh, ja, 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 ja. Wir speichern. Einmal die drei. Was passiert, wenn ich jetzt hier so mache? Ich kann hier gar nicht hin, ne? Also sie geht hier nicht freiwillig runter. Das ist hier wohl nicht geheuer. Aber ich könnte da auf diese Plattform, oder was das ist? Einmal hier durch die Hölzer. Einmal an der Nase jucken. Wo kommen wir denn hier ruf? Vor allen Dingen, wo kamen die beiden auf einmal her? Hier. Und hier kommen wir auch wieder zurück? Wenn wir hier raufkommen. Oh, das sieht gut aus. Oh, das ist kalte Nass. Ja, ich bin schon wieder raus. Brauchen wir nicht. Gut, wir nehmen wieder die. Hm. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Oh, jetzt muss ich da hinten hin. Oh, schnell, schnell, schwimmen. Schnell, schnell, schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Das ist kalt. Oh, gut geschafft. Aber, äh, wir wissen, da ist eine Höhle. Haha, den hab ich gekauft. Und jetzt? Gut geschafft. Hauptsache, die Haare liegen. Äh, nein. Ich wollte eigentlich das Lager hier suchen. Und das kann ich ja nicht. Das ging letztes Mal auch nicht. Also bei der letzten Aufnahme. Die gestrige. Die recht lange dauert. Ah. Meins. Da fliegt ein Vogel. Ein Messer haben wir auch noch nicht. Wir können also auch noch keine Seile kappen. Hier war... War das hier? Nee, hier war das doch gar nicht. Wo war denn mein Basislager? War das da unten? Da, ich seh. Ich seh eins. Das nehmen wir jetzt ein. Warum guckt sie denn da hin? Weil ich da hin muss? Wir reisen doch gleich. Erstmal ans Feuer. So. Oh, ein Fähigkeitspunkt. Wartet mal. Schön. Hier haben wir ja noch ganz wenig gemacht. Was haben wir hier? Fortschrittliche Techniken verleihen. Abrissexperte. An die Donationsradios. Hohlspitzgeschosse. Stellen sie mit Leichen von feinen Fallen her, die ein tödliches Giftgas freisetzen, wenn sie untersucht werden. Na toll. Listenreicher Kämpfer. Ich mach erst mal das hier. Neue Handwerkerwerkstatt. Äh, so. Aber basteln kann ich noch nix. Aber ich kann einen anderen Zielort auswählen. Und wir haben ja... ...das Lager. Wollen sie wirklich zu einem anderen Lager reisen? Ja, natürlich. Ah, das Ohr hat gejuckt. Entschuldigung. Für mein... Oh, das hört gar nicht auf. Voll lustiges Gestöhne dabei. Aber das ist ja angenehm. Wenn man dann die Quelle des Ungemach bekämpft und beseitigt. Und lade schneller. Jetzt muss ich noch weiter dummes Zeug quatschen. Ja. Äh, nein. Ich wollte das weg haben hier. So. Dann sind wir da. Fast wo wir beim letzten Mal waren. Mal gucken. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast. Ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur. Aber sei diskret, ja? Wir sind so diskret. 44 hab ich. Ich muss noch mehr finden. Wir brauchen Gold. Oder ein Cheat. Dann hab ich ganz viel Gold. Ach, dann kann ich mich eindecken. Ha, 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 ha. Ein Gold-Cheat. Oder ein Gold-Esel. Der cheatet ein Gold. Äh, scheiß. So. Wir gehen mal ganz vorsichtig hier hin. Und benutzen das Seil in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.